Hallo, hallo, hallo. Willkommen zurück. Ich bin hier eine Runde gefahren und hab schön Ressourcen bekommen. Oh, oh. Und da sind auch noch Monster. Und ich hab jetzt endlich rausgefunden, welche Einstellung man machen muss, damit die Maschine nicht kaputt geht. Moment. So. Und zwar. Bei mir ist es die Standardtaste A. Player Config. Default Player Config. Ein weiter. Und dann ist das hier Protect Blocks from Others. Das muss ausgestellt werden. Und dann hab ich hier noch von Players, weil ich eh Singleplayer spiele. Und dann sollte das eigentlich so funktionieren. Das können wir gleich nämlich nochmal ausprobieren. Von dem hab ich leider schon drei Stück. Deswegen laufen wir jetzt einfach erstmal weiter. So. Tada. So. Und ich hab hier hinten schon einmal entleert und offline getestet. So. Ich will aber noch eine normale Rail haben. Weil die Idee war es irgendwann hier einen Parkplatz für die zu bauen. Wo die dann einfach positioniert werden kann und die Sachen abgepumpt werden. Und man dann einfach alle Sachen ins Inventar bekommt. Äh, nicht ins Inventar, sondern in sein Management rein bekommt. Oh. Das ist ein bisschen knabbig, aber sie ist nicht kaputt gegangen. So. Oh. ... Um. Oh. 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 Okay. Okay, dann haben wir das alles leer gefrühstückt. Okay, ich brauche noch den Hammer. Dann können wir da eine Runde fahren, in der Hoffnung, dass wir ein paar Ressourcen bekommen. So. Obwohl, ich könnte jetzt mal... War nicht bei irgendwas Honning available? Durability, Hon Speed, Fine Efficiency. Let's see. Hon Shop. Okay, super. Dann haben wir das fertig. Dann können wir jetzt nach unten laufen und mal gucken, dass wir die Maschine auf einen anderen Standort aufbauen. Okay, hier haben wir Atemprobleme. Okay. 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 Was ich... Vielen Dank. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das rein, das rein, das rein. Okay. 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 Das war's. Jetzt könnte hier noch ein Cobblestone hin, Deployer. Ja. Ja. So und ich glaube, ich baue das dann mit zwei Deployern noch auf. So und ich glaube, ich glaube, ich habe das eine große Herausforderung. So. So, drei Filter. Oh, Ironfield. Falls da noch mehr kommen, dachte ich mir jetzt. So, den brauchen wir, den brauchen wir. Oh, eine Wolle. Drei Filter. So. Das sind drei Filter, die gleich eingestellt sind. Das heißt, wir können hier einen reinsetzen, hier einen reinsetzen und hier einen reinsetzen. Bei dem setzen wir den rein und... ... ... ... ... ... So, haben wir noch irgendwo ein Nether-Rack? Sechs Stück. Super, dann können wir das wieder zurück tun. Ähm. Hi. Akulino. Hi. Ich spiele gerade Steampunk und versuche gerade zu spielen. Meine Maschine hier ein bisschen umzubauen. So. Jetzt fehlt nur noch ein Mechanical Blow. Danke für den Follow und warum Niveau? Das Niveau ist hier hart am sinken, auf jeden Fall. Ja, so. Was brauchen wir denn hier? Ähm. So. Und im nächsten Schritt ist dann geplant hier, ähm. Jetzt brauche ich eine andere Zeit. Ähm. Mit Toms Inventory ein Haus zu bauen, was uns, ähm. Wie heißt das gleich noch? Was uns die Möglichkeit gibt, ein Storage aufzubauen. Weil aktuell ist alles ganz viel in... Achso, Autokorrektur. Okay. Ich habe mich gewundert. Ähm. Genau. Mit Toms Inventory können wir, ähm, zum einen ein Storage Terminal bauen, worauf wir dann Access in das Inventar haben, was angeschlossen ist. Und können wir hier Inventory Connector bauen. Und so Cable und so weiter. Und das alles können wir dann nutzen, um einen ganzen Haufen, ähm, Chests oder auch Walls, glaube ich, miteinander zu verknüpfen. Und dann kriegt der hier noch, äh, Portable Storage Interfaces hinterlegt. Und dann packen wir hier einfach eine, ähm, wie heißt das gleich noch? eine Schiene hin, in Position, wo der Storage Portable dann vernünftig läuft. Und dann kriegt der, äh, wird der automatisch entleert. Genau, das ist das Ziel. So. Drei Iron. Drei Iron. Oh. Oh. Das sollte jetzt ausreichen. Oh. 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 das sieht gut aus ja und das testen wir jetzt auch ich hatte jetzt noch eben mit Filtern die genaue das genaue Ablegen festgelegt und zwar kannst du damit einstellen welcher Gegenstand als erstes verbraucht werden soll und das hatte ich eben gerade noch gemacht und jetzt laufen wir auf die Höhe wo wir starten wo hier oh so dann können wir jetzt eigentlich starten so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, und den Ring wieder anlegen Und mal eben die Fackeln hier mitnehmen So, und den Ring wieder anlegen Ja, und wir können jetzt hinterherlaufen und die ganzen einzelnen Ressourcen, die hier noch in den Wänden und Decken drin sind, einfach mitnehmen Und hier drin haben wir dann einen ganzen Haufen Ressourcen So, und wir können jetzt hier noch in den Wänden und den Ring wieder anlegen Oh, ich glaube ich habe ein zu wenig Und hier noch in den Wänden und den Ring wieder anlegen So, ich glaube ich habe ein bisschen So, ich glaube ich habe ein bisschen Oh, was ist das denn Oh, guck mal, da oben bin ich auch lang gefahren Oh, hi Ich habe extra für dich was mitgebracht Oh, okay Das war's für heute. Das war's für heute. So, dann machen wir hier mal einen Stopp. Cool, warum geht's nicht weiter? Oh. Okay. Oh. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben zu wenig Kisten. Vielen Dank. Oh Gott, oh Gott. 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 So, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, dann fahren wir in die andere Richtung mal. Okay. Oh. Oh. Warum ist die denn jetzt angehalten? Hä? Oh. 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 Wieso hat er eine Treppe gesetzt? Okay. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ups, Hilfe Schnell hoch Schnell hoch Schnell hoch Schnell hoch So, 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 so. hier geht es hoch und runter und wir fahren jetzt hier lang jetzt weiß ich warum löcke weil er dann auch durchs wasser fahren kann aber dann können wir erstmal jetzt wirklich den Tom's Inventory Bone schluss 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und man könnte hier noch durchgucken und gucken, ob wir irgendwo Tuff aufgesammelt haben, weil Tuff gibt auch nochmal einen ganzen Haufen Ressourcen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, die Pleue. So, die Pleue. Wo habe ich denn Sandpaper? So. Deployer. Okay, und... Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt können wir Tom. Den hier bauen. So, jetzt können wir Tom. Zwei. Zwei. Okay. 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 Dann noch Copper. Okay. 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 Eins. Okay. 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 So und dann brauchen wir noch Gold. So. Nice. Damit haben wir jetzt zumindest erstmal ein Terminal. Wir können dann zum Beispiel das hier einfach anschließen und sehen dann den Inhalt. Nice. Okay, viel Spaß dir bei was auch immer. Okay. 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 Das war's. Okay, so, was brauchen wir für das Upgrade? Link Controller ist relativ easy. Sturdy Sheet. Oh. Powdered Oxidane. Cool. Also mit Oxidane kriegt man eine Sturdy Sheet. Inventory Cable Connector. Shoot on Inventory Sheet. Ah, es ist ja easy going. Level Inventory System Content. Okay. Das ist auch einfach, der Basic Inventory Hopper. Wireless Terminal. Okay. Das ist ja auch Crafting Terminal. Okay. 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 Das war's. Und dann bauen wir hier mal die kleine Wald hin. Und dann übertragen wir die Daten. Hi. Willkommen zurück. So. 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 Jetzt werden gerade alle Sachen zurückgebaut und dann machen wir hier weiter. Aber richtig nice, dass das jetzt so ohne Probleme funktioniert hat alles. Oh, nice. Das sollte aber easy gegangen sein und dann anschließend dann die Engines. Willst du die dann bauen? Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Da kam nämlich, ich glaube, heute ein Update raus. Was nochmal interessant sein könnte. Das ist eine berechtigte Frage. vielleicht wenn das hier dein koppelgen ist dann würde ich vielleicht unter die fläche wenn du immer wenn du die richtung gehen willst und in die richtung werden die maschinen gebaut dass man dann hier einfach ein band landen gefahren lässt und dann machst du ich gehe mal eben den single player da kann ich dir das besser zeigen was ich meine weil du willst es ja im keller bauen ja genau das war die idee die ich gerade auch hatte aber da gehen nur 16 stück pro flug nach oben also so ein shoot kann nur 16 stück aufnehmen also da wäre dann eine überlegung ob man so so So, wenn man dann, ich hätte dann zum Beispiel einen Tunnel. Hier drauf gesetzt. Hier. So. Wenn man dann einfach sagt, okay, wir zweigen hier was ab mit dem Tunnel. Ja, oder Wasser. Das würde auch gehen. Ich weiß nur nicht, wie gut. Weil der Tunnel gibt ja nichts raus. Aber wenn man dann sagt, okay, wir packen hier... Ich weiß nicht, wie gut. So. Wenn man dann sagt, ja... Fuck. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, dass du das dann zum Beispiel nimmst. Und dann mit Funnels. Irgendwie so, aber das Problem ist, ich glaube du musst alle vier auf eine Reihe setzen. Weil das nimmt irgendwie das nicht auf. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, da musst du noch den Abstand hier ein bisschen vergrößern, dass die halt abwechselnd sind oder so. Irgendwie so. Oder du machst hier halt zwei Bänder. Also und wenn du jetzt... Great. So. So wird das dann gehen. Und dann packst du zum Beispiel... Eine Cheste hier oben drauf. Und die wird dann ja nach und nach gefüllt. Und wenn die dann voll sind, dann laufen die hier einfach weiter und hören irgendwann auf. Ja, oder das. Ja, also das wäre so eine Idee, die ich hätte. Und dann hätte ich zum Beispiel dann hier gesagt, hier geht jetzt ein Belt lang. Und dann... so und dann könntest du halt die die von der anderen Seite auch noch zusammenführen und dann hättest du 64 Stück die auf einmal hochgepumpt werden können und dann fängt hier dann deine Fabrik an so gesehen und dann kannst du hier im Keller halt den Cobblestone-Gan auch noch so weit erweitern dass konstant 64 Koppel pro Sekunde hergestellt werden oder sowas ja genau das würde auch gehen und dann könntest du die halt auch noch erweitern ich sag jetzt mal du hast du hast ja hier ein Wheel bedeutet Gravel aus Koppel und zwei Wheels bedeuten ja hier wie heißt das zwei Wheels ist dann Sand dann könntest du hier halt so ein Dreier Bus bauen und die dann so einfach dann hochführen genau ja und Clay und Flint überlegst du dir ob du die hier dann rausfüllt hast aus der Sandbahn und dann auch nach oben förderst direkt am Anfang ja ich hätte aber hier Wheelstones genommen oder Crushing Wheels weil du damit 64 Stück auf einmal planieren kannst ich weiß nicht ob du das da müsstest du 64 Millstones hinstellen damit du auf die gleiche Menge kommst und dann Also das wird ja super funktionieren. Du könntest das natürlich auch machen, dass du immer abwechselnd die Shoots baust. Ich weiß nur nicht, wie die Smart Shoots funktionieren. Ja, also das wäre so die Idee, die ich hätte. Und dann würdest du einfach, ich sag jetzt mal, in die Richtung wird dann deine Fabrik gehen. Und dann hast du hier halt einen Cobblestone-Gan, der dir das dann halt produziert und dann in die Richtung weitergibt. Jo. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, Iron Sticks So, Iron Sticks Das war's für heute. Das war's für heute. Das war auch meine Idee, weil du dann wirklich diesen Vorrat hast. Und einfach erweitern kannst ohne Probleme. Das war's für heute. Oh. 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 Okay. So. Iron. Iron. Oh. 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 Precision. Oh. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich will jetzt dieses blöde Crafting Terminal bauen. Und this side. Hier haben wir noch ein Casing. Und... Hier haben wir noch ein Casing. Oh, ich habe den Spout vergessen. So. 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 Lava brauchen wir. So. 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 Nochmal eben Luft holen. So. So. Das war's. 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 Oh. Das war's. Das war's. Das war's. Nice. Das war's. 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 Oh. Das war's. 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 Oh. Das war's. 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 Hi. Das war's. 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 Das war. Das war's. 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 Ja. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, aber der Sprinkler funktioniert nicht mit Mit den Sonnenblumen leider Das hatte ich schon ausprobiert Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, leider, ich hatte das schon mit zig Sachen ausprobiert, auch mit unterschiedlichen Sachen und das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Bei normalen Crops, bei solchen Sachen hier funktioniert das ohne Probleme, nur bei den Sonnenblumen nicht. Die Sonnenblumen reagieren nur auf reinem Bonemiel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also ich hatte es auch extra im In einer Testwelt ausprobiert Einfach nur um sicher zu gehen Dass ich da nichts falsch mache Einfach nur um sicher zu gehen Ja, auf jeden Fall Aber trotzdem Du brauchst ja irgendwie mal Zink oder so Ja, ist ein bisschen blöd 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, super. Das hat geklappt. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie schaltet man denn hier den Export ein? Vielen Dank. Okay, super. Das funktioniert also. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, gut. Vielen Dank. 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 Oh. Vielen Dank. Vielen Dank. ... Vielen Dank. 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 Oh... Das geht hierhin. Das geht so... Oh... So... Mm... ... 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 ...... ...... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tunnel, Wasser, Wasser Vielleicht sollte ich mal einen Tunnel bauen Tunnel, Wasser, Wasser Tunnel, Wasser, Wasser, Wasser Okay. 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 Man muss das mit echt vielen Leuten zusammenspielen. Hatte ich halt auch das Gefühl. Okay. 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 Vielen Dank. 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 So... ... 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 ...... ... ... ... ...... ... ... ... ... Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das ist gut. Vielen Dank. 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 Danke. Danke. Vielen Dank. 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 So So Und ein Loch So So Kann ich das auch andersrum anbringen? So 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. An der Seite. Oh. 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 geht doch ja das glaubt das ist auch ordentlich was was dann leistung produziert wird ja das ist krass ja 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 Das war's. 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 Das ist richtig, richtig nice. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich starte mal eben. Den Server neu. Nee, ich hab den Fehler gefunden. Halt dich fest. Die Festplatte ist voll. Vom Server selbst. Mal gucken, ob der hochkommt. Ja, das versuche ich gerade rauszufinden. Es kann auch sein, dass er gar nicht mehr startet. Ich vermute, dass der zu viele Backups hat. Und, oder. Ah, jetzt kommt er wieder hoch. Okay. So. Oh Gott. Stopp Server. So. Mein Verdacht ist... Was ich ein bisschen problematisch finde ist... Du siehst hier nirgendwo, wie voll dein... Wie voll der Server ist. So, delete forever. So. 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 Da ist Usage. Okay. Amp. Storage. Usage. Toh, toh. Toh, toh. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ist das jetzt... Free Space 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, da das wieder läuft Ich guck mal eben Ob das hier So sieht gut aus Nur mit dieser Prozentanzeige, ob das jetzt hoch oder runter geht Vor allem Usage 0% Also da steige ich nicht durch Ja, hätte ich jetzt auch gedacht Ich habe leider keine Ahnung, was für eine Festplatte ich da eingebaut habe Aber ich wüsste noch was, was man nochmal eben testen könnte Wenn wir gleich da hinten angekommen sind zu Hause Ähm, ich glaube nämlich Äh Die könnte man gleich Dafür muss ich leider die Instanz starten Ja Nee, ähm Ähm, der Server Der Server selbst macht Backups Nicht, äh, AMP Oder AMP Genau, deswegen Genau Äh, und deswegen muss ich die Äh, Instanz hier auf dem Server starten Weil wenn die Instanz nicht auf dem Server geladen ist Also auf dem AMP-Server Dann Äh, kann ich mich mit FileZilla nicht verbinden So So Moment, Datastore, so Wir löschen jetzt mal die Trash-Files Wir haben gerade den Trash gelöscht Aber ich Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Welt ist doch mehrere Gigabytes groß Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Welt ist doch Amen. 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 Ja, das ist aber auch eine... Ähm... Hier, wie heißt das gleich noch? Äh... Eine Skyworld? Oh. Der hat den Port gewechselt. So. Dann gucken wir doch einfach mal, wie groß die Instanz hier ist. Dann gucken wir doch mal. 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 på jemanden? Und dann gucken wir doch mal. Ach so, ja. Der ist bei mir. leer. So, aber es wird alles erfolgreich kopiert. Das waren jetzt 2,65 Gigabyte. So. Datastore. Stop Instance, Stop Server. Delete, delete, send. Okay. Okay, damit, dann war das irgendwas anderes. Okay. 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 Naja, aber dann haben wir jetzt den Server ja gerettet und suchen jetzt weiter nach Blech auch, Dach auch Dach auch, Dach auch, Dach auch, Dach auch Dach auch, Dach auch Dach auch Gibt es denn noch mehr? Dach auch 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 Das war's für heute. Oh, Mangroven können. 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 Oh, warum das? Weltuntergang oder? Oh, okay. Ja, ich hab bei uns auch das Wetter gesehen. Irgendwie... Oh, fuck. Das ist ja noch schlimmer. Bei uns ist es nur ziemlich kalt geworden, aber mit Schnee, okay. Nee, nee. Ja, nee. Da würde ich, ich glaub noch nicht mal mit Winterreifen gerne fahren wollen. Oh, okay. Oh, okay. Das ist ja noch beknackter. Das ist ja noch beknackter. Ja, okay. Okay, aber dann wärst du mit Sommerreifen ja echt aufgeschmissen gewesen. Ja, okay. 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 Oh, da ist ein Zauberer. Ja. Ja, ich glaub, das ist dann in dem Fall sogar unabhängig von der Leistung. Wenn du Heckantrieb hast, Sommerreifen und Schneeregen. Und dann wärst du dann auch endlich mal orderst. Und dann war es doch kein Regen. Okay. 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 Und dann war's. Dann war's. Ich hab's. Nee, das muss man leider gnadenlos sagen, das wäre eine sehr dumme Entscheidung, glaube ich. Und das muss man ja nicht absichtlich riskieren. Und das muss man ja nicht absichtlich sein. Von was werde ich bitte verfolgt? Das muss man ja nicht absichtlich sein. Hier ist eine Möwe hinterher geflogen. Ja, das glaube ich. Oh, sorry. Okay. 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 So, ich glaube ich würde jetzt auch Feierabend machen. Ja, ich wünsche dir auch einen schönen Abend, morgen geht es dann weiter und eine gute Nacht und schlaf gut und ja, morgen bauen wir dann hier unsere Baumfarm neu auf mit einem kleinen Gebäude dran und einer Sägefabrik oder so. Ja, genau und das ist so die Idee dahinter und dann haben wir eine Kohlefabrik und können dann hoffentlich die Engine dann betreiben. Genau. Ja, also schönen Abend dir und dann bis zum nächsten Mal, danke fürs Dabeisein. Cheerio und auf Wiedersehen.